So, ich spiel jetzt gegen Black Snow. Er spielt Zufall. So, dann scouten wir direkt mal rüber. Und ich hab's jetzt endlich gemacht, ich hab die Karten gewetot, auf die ich keinen Bock hatte. Ich hab das ja häufig vergessen. Aber jetzt hab ich's ja endlich rausgevotet. Gott sei Dank. Das kann schillig gezockt werden. Nicht genügend in der Reihe. Nicht genügend in der Reihe. Riesel da aus. Nicht genügend in der Reihe. Nicht genügend in der Reihe. Was nicht passen, was... BBS einsatzbereit. Rotor ist okay. Das ist ja nicht mein jetzt. Aha. Und hier aus. BBS bereit. Kapiert. Ja, ja. Komm ruhig hinterher. BBS einsatzbereit. Das hat ein bisschen Zeit gekostet. Für ihn, für mich natürlich nicht. So, er wird gescoutet. Gut. Ich hol mir jetzt erstmal den Reaper. Mach ich erstmal dicht. Na, kann ich mir schon wegflexen. Mach jetzt wieder Standard-Taktik mit Tankdrop. Und hol mir aber schon mal ein paar Marines. Weil er hat sich auch schon wieder ein Gas geholt. Aber ich denke mal, er geht auf... Ähm... Er geht auf Depth vermutlich. So würde ich mal so behaupten. Was liegt an? Warum nicht? Hier komm ich! Und ich brauche ein Depot. Oh, das werde ich mal hinten einsetzen. Schauen wir nochmal rein. BBS bereit. BBS bereit. In Abruf. Abmarsch bereit. Ganz kaum... Nicht genügend Mineralien. Und was jetzt? So, wenn wir noch ein Tank dazu holen. Was ist denn? Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Einsteigen oder Aussteigen. So, jetzt mit Booster rein am besten. Fliegen los. Halleluja. Das habe ich gehört. Wollen wir mal direkt gestehen. Wollen wir mal direkt gestehen. Wo befest du nicht? Es macht so Laune, damit zu... ...fahren. Glück gehabt Direkt mal da stehen Waffenlager holen Nicht gemütlich, General Ragenfeld erschöpft Wir waren BWF bereit Bin gleich da Auf geht Laut und deutlich BWF einsatzbereit Halleluja Was darf's denn sein? Beziehe Stellung Oh, jetzt ist er Volle Kraft voraus Falke zur Stelle Melde mich zum Einsatz BWF einsatzbereit Ihre Strafkräfte werden angegriffen Ja, hat er geschafft zu killen BWF bereit Durchgelder Was nicht passt, was passend jetzt Ein kleines Eco-Transferchen machen hier Was gibt's? Einsteigen oder aussteigen Das ist eine gute Idee Sollten wir mal tun, was abknallen Wird gemacht, Commander WBF einsatzbereit Abflug Schießt sie los Was gibt's doch? Schon die Eco-Rand WBF einsatzbereit WBF einsatzbereit WBF einsatzbereit WBF einsatzbereit WBF einsatzbereit Wir haben sie auf dem Schirm Klonen Haben wir auch schon am Start. Oh, schön. Lassen wir einfach draufhalten, das ist sinnvoller, wenn ich jetzt erstmal was wegflexe noch. So, ich brauche jetzt hier VR-Dev. Und jetzt hole ich mir noch ein paar Marines dazu. Ich geb jetzt mich sowieso auf Marines. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Erweiterung nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Melde mich zum Einsatz. Zyklon auf Empfang. BBS bereit. Frei hier. Ich höre es. BBS einsatzbereit. Jupp. Erwidere Feuer. BBS bereit. BBS einsatzbereit. BBS bereit. Unsere BBS werden angegangen. Das ist übel. BBS einsatzbereit. Was riecht dann? Falke zur Stelle. Brauchen wir falten. Nur so. Melde mich zum Einsatz. Jetzt geht's rund. Stillgestanden. Reigenfeld. Erschöpfen. BBS einsatzbereit. BBS bereit. Feuer. Oh, schön. Die flexen jetzt wieder. Melde mich zum Einsatz. Los, los, los. Beziehe Stellung. Falke zur Stelle. Befehle sind zu befolgen. Läuft. Koordinaten eingegeben. Perfekt. Bestätige Flugmethod. Kari BBS ist bereit. Selbstsicher. Bereits machen, Jungen. Empfang bestätigt. Oh, fuck, 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 fuck. Selbstbestätig. BBS einsatzbereit. BBS bereit. Abmarsch bereit. Abmarsch bereit. BBS einsatzbereit. Abmarsch bereit. BBS bereit. Falsis wird alle kraft. BBS einsatzbereit. BBS einsatzbereit. BBS einsatzbereit. BBS einsatzbereit. Bestätige Flugmärkte. Volle Kraft voraus. Oh, mehr Gas und mehr Echsen. Echsen wir hier auch direkt nochmal. Oha. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Befehle sind zu befolgen, Koordinaten eingegeben. Also ruhig flexen. Ah, 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 ah. So, reparieren wir die erstmal hier wieder. Ach, ich brauch mehr Gas. Ich krieg einfach keinen Gas zusammen. Okay. Okay. So, gehen wir da mal zur Goldexe noch hin. Ein paar Einheiten. Ja. Nicht geladen und entsichern. Warum nicht? Geht hör. Benötige weitere Depots. Es kann losgehen. Ja, komm. Nicht genug Energie. Jawohl. Lauf. Lauf. Was machen die denn da? Jetzt farben die hier durch oder was? Sind die behindert? Was? Was sind das Leute? Sind die wirklich behindert? Sind die? Informationen davon например Peyer einzug? Nein. Wo ist denn Notfall? Das sind doch was. Was gibt's denn? . Sag mal, Leute. Leute, jetzt reicht's aber auch la. Okay, es ist hier sowieso vorbei. Hat er hier gar keine Echsen mehr oder was? Da kann ich schon rein flexen. Und raus mit eurem Mineralienfeld erschöpft. KBS bereit. Was ist das? Falke zur Stelle. Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen. Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen. Die eine Wechsel extra angenommen. Also der ist nicht gut. Also ich denke schon, dass ich noch eine gute Chance habe gegen ihn. Was ist das? Was ist das? Oder auch nicht. Pff. Unsere BBFs werden angegriffen. Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen. Was nicht passt, wird passt. Durchgeladen und entsichert. Du hast Licht an. Warten. BBF einsatzbereit. BBF bereit. Verstanden. Was? 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 Da ist auch noch so ein Kollege, ey. Ach. Weckt sie auch noch, oder was? Die Axis dauern 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 Die Axis dauern